Willkommen bei K. I. C. Kowodgie Immobilien Consulting in Köln Ports Adresse Breslauer Straße 1 A. 51.145 Köln Deutschland Telefon 02203-1869097 Anfahrt Beginnen Sie auf der Bahnhofstraße in westlicher Richtung zur Goethe-Straße. Folgen Sie der Goethe-Straße bis zur Klinger-Straße. Nehmen Sie die Kaiser-Straße bis zur Dorotheen-Straße. Folgen Sie der Faust-Straße bis zur Breslauer Straße und biegen Sie dann links ab. Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9 Uhr bis 18 Uhr Uhr Samstag und Sonntag Geschlossen seit mehr als 20 Jahren sind wir K. I. C. Immobilien Ihr zuverlässiger Partner im Herzen von Köln Ports Wir haben Hunderten von Eigentümern geholfen, Ihre Immobilien schnell, diskret und zu optimalen Preisen zu vermarkten. Egal ob Sie eine Immobilie kaufen oder verkaufen möchten, wir stehen Ihnen mit unserer Expertise zur Seite und begleiten Sie von der ersten Beratung bis zum erfolgreichen Abschluss. Unsere Leistungen umfassen Bewertung Ihrer Immobilie Viele private Verkäufer setzen die Preise zu niedrig an. Mit unserer professionellen Einschätzung erzielen Sie den wahren Wert Ihrer Immobilie. Verkauf und Vermietung Wir finden den idealen Käufer oder Mieter für Ihre Immobilie in Köln Ports und übernehmen den gesamten Vermarktungsprozess bis hin zum Notartermin. Kaufberatung und Vermittlung Auf der Suche nach Ihrer Traumimmobilie Profitieren Sie von unserem breiten Netzwerk und unserer tiefgreifenden Marktkenntnis. Wir sind nicht nur Makler, sondern verstehen auch das Handwerk und die Kunst des Immobilienmarktes. Unsere langjährige Erfahrung und unser umfassendes Fachwissen ermöglichen es uns, Ihnen nicht nur in Sachen Verkauf zur Seite zu stehen, sondern auch bei Sanierungsprojekten zu beraten und zu unterstützen. K. I. C. Immobilien Ihr Immobilien-Experte mit Weitblick in Köln Ports Besuchen Sie uns oder kontaktieren Sie uns jederzeit unter der Telefonnummer 02202-9278663, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Ihnen bei Ihren Immobilienplänen helfen können. K. I. C. Immobilien